Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr.Lib. Praxis starten mit vollem Terminkalender? Jetzt über Dr.Lib 10 Millionen PatientInnen erreichen. Mehr erfahren unter drlib.info. Starten. Doktales – Geschichten für die Praxis In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gergen, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Ja, hallo und willkommen zu unseren Storys aus der Praxis. Hi, Sebastian. Hi, Sascha. Ja, Geschichten aus der Praxis heißt ja nicht, dass es nur um Ärztinnen und Ärzte gehen muss. Deshalb haben wir heute eine MFA eingeladen. Steffi Roth ist seit 2007 ausgebildeter MFA und arbeitet in einer Allgemeinmedizinpraxis in Solingen. Willkommen, Stefanie. Ja, hi, wir sind zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, hi, Steffi. Hi. Du hast heute die Ehre und Möglichkeit, das Leben aller MFAs sowas von zu verbessern. Ja, ich hoffe, ich kriege es hin. Ja, aber erstmal zu dir. Du warst ja sowohl selbstständig in der Gastronomie tätig als auch als MFA. Tatsächlich, ja. Warum hast du dich denn für den weiteren Werdegang als MFA entschieden und nicht für die Gastro? Ja, dazu muss ich nur ganz kurz sagen. Also Gastro war halt immer schon so, ja, die Leidenschaft. Mein Vater ist Gastronom, seitdem ich geboren bin und daher habe ich das immer schon nebenbei gemacht. Ja, irgendwann habe ich die Ausbildung zur MFA angefangen und habe auch den Job lieben gelernt. Ja, und ein paar Jahre später hatte ich irgendwie, ich war Anfang 20 und habe gedacht, hey, komm, war das alles? Versuchst du dich nochmal anders? Habe mich selbstständig gemacht in der Gastronomie. Drei Jahre war das tatsächlich. Wir sind auch nah bei Menschen, ja. Und aber dann habe ich nach drei Jahren doch gemerkt, dass du diese, das ist halt eine andere Verantwortung, die du da hast, ja, abends die Leute zu bedienen. Und die Verantwortung so mit dem Menschen zusammen und dann doch, das hat mir dann doch gefehlt. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, hey, komm, mach die Gastro nebenbei, noch als Hobby. Und dann gehst du aber lieber wieder zu dem zurück, was du gelernt hast. Und ja, dann konnte ich auch nahtlos wieder übergehen in meine alte Praxis, wo ich vorher gearbeitet habe. Also es hat alles super gepasst. Ja, und seitdem bin ich halt wieder da. Genau. Jetzt machst du den Job ja schon seit über zehn Jahren. Ja, wie hat sich denn die Arbeit für dich im Laufe der Zeit verändert? Also andere Anforderungen, andere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch die Einstellung der Patientinnen und Patienten, die sich geändert hat? Ja, also als ich 2004 bis 2007 die Ausbildung gemacht habe, war das, war das, ja, du hast wirklich nah mit den Menschen zusammengearbeitet. Ich bin da nachher dann rüber in meine jetzige Praxis, wo ich arbeite. Und die Arbeit hat sich eigentlich auch insofern verändert, dass du wenig noch mit den Menschen arbeiten kannst, sondern eher schon, ja, in die Bürokratie eingestiegen bist, leider Gottes. Ja, das ist halt so das Negative an der Geschichte, dass du wirklich zeitlich gucken musst. Du hast teilweise gar nicht mehr die Zeit, wirklich zu reden. Hey, Frau Schmidt, was macht denn ihr Mann, was du immer noch fragen wolltest, sondern musst direkt gucken. Hey, da stehen schon wieder 30 dahinter, das Telefon klingelt und du musst irgendwie jedem gerecht werden. Der Doktor ruft, ich habe keinen Patienten mehr drin. Ja, das ist halt schon ein anderes Arbeiten geworden als vor 18 Jahren, wo ich die Ausbildung angefangen habe. Das wichtigste Thema überhaupt für Niedergelassene ist ja wohl aktuell der MFA-Mangel. Und ja, eigentlich gibt es ja super viel Nachwuchs. Also laut Statistischem Bundesamt ist MFA sogar der zweitbeliebteste Ausbildungsberuf bei Frauen. Den Praxen scheint das aber irgendwie nicht anzukommen. Also nochmal eine Zahl zu nennen, aufgrund vom Personalmangel hatten bereits rund 15 Prozent der Praxen ihr Leistungsangebot zeitweise eingeschränkt. Woran liegt das denn? Oder vor allem, wie könnte man dem entgegenwirken? Ja, also ich muss da, ich spreche da jetzt auch mal ehrlich. Ich denke, dass es auch einen großen Teil natürlich mit dem Lohnausgleich zu tun hat. Da müssen wir uns gar keinen vormachen. Es ist jetzt nicht gerade der Job, wo man, hey, weiß Gott, was verdient. Und deswegen sage ich immer, ich glaube, den Job musst du halt wirklich lieben, um ihn auch ausfüllen zu können. Weil rein vom Gehalt her, ja, es ist schon schwierig, damit zurechtzukommen. Und ich glaube, so viel im Kollegium, was ich so auch mitgekriegt habe, haben auch teilweise viele aufgehört, jetzt gerade zur Corona-Zeit, die einfach gesagt haben, du verdienst tatsächlich im Baumarkt mehr als in der Arztpraxis. Das ist halt leider Gottes wirklich so. Wenn man sich dann mal mit Kollegen, hey, und eine Freundin von mir, die arbeitet auch im Krankenhaus, und wenn du dir dann das Gehalt anhörst und das, was du bekommst, ha, dann denkst du schon manchmal abends, mein Gott, ja, woran liegt es? Aber glaubst du denn, also rein theoretisch, wenn man sagen würde, weiß ich nicht, im Schnitt 300 Euro mehr, das macht den Unterschied, also das ist wirklich das Finanzielle, oder glaubst du, es sind auch die anderen Arbeitsverhältnisse, du hast es ja gerade schon perfekt beschrieben, du hast keine Chance mehr, mit Frau Müller zu sprechen, sondern es stehen 30 Leute, das Telefon klingelt, du musst aber ins Labor rüberrennen, das ist ja, ihr macht ja zehn Sachen gleichzeitig. Na, mit Sicherheit, also ich merke das auch, wir sind, wir haben jetzt Kollegen von, wir sind jetzt sechs, sieben, ja, eine geht jetzt in Rente, sechs, und die Hälfte davon ist halt auch schon ein bisschen älter, die auch ganz klar sagen, ich kann das nicht mehr, ne, also ich kann nicht am Telefon sein, ich kann nicht dem Chef gerechtfertigt werden, hier sind noch tausend Sachen zu beachten, die ich noch eintragen muss, dann geht mir das fehlen, ich, also der Stresspegel ist schon echt enorm gestiegen, das muss ich sagen, also, ja, es ist halt, ja, also wie gesagt, entweder man liebt den Job wirklich, oder also, ja. Ich meine, du bist ja schon echt lange da im Geschäft, und jetzt einfach so als Tipp, was können wir denn als Ärzte verbessern in der Kommunikation oder auch aus eurer Sicht, was glaubst du kann dem Beruf, wenn ich jetzt an Stellen in unserer Praxis denke zum Beispiel, was kann den Beruf attraktiver machen? Ja, gute Frage, jetzt hast du mich natürlich auf den Punkt gebracht, wo ich dir nicht antworten kann. Nein, nein, also, oder einfach nur so vom Gefühl her, sagst du, also beispielsweise, hast du in der Erfahrung, du sagst, es ist ja irgendwie alles mehr geworden, von irgendwie, dass man mit Frau Schmidt sprechen kann, jetzt ist es so, dass da 30 Patienten warten, muss man einfach mehr Personal haben, oder muss man beispielsweise die Sprechstunden mehr auseinanderziehen, und dann, also, weißt du, liegt es an der Komprimierung, oder, also gibt es da irgendwas? Tatsächlich, mehr Personal ist immer, also, früher sind wir mit vier oder mit drei Helferinnen ausgekommen, jetzt sind wir sechs, und es fehlt tatsächlich hin und wieder immer nochmal einer, wo man sagt, dann kann man es halt auch einfach besser aufteilen, der eine ist mehr für die Technik, der andere ist mehr im Labor, der andere macht halt gerne, schreibt halt gerne Versorgungsämter und, und, und. Wenn man das also alles natürlich ein bisschen splittet und so den Stresspegel jeder einzelnen MFA ein bisschen senken würde, glaube, ich würde da schon viel dazu beisteuern, dass der Job auf jeden Fall lukrativer wird, und natürlich halt eben auch wirklich Bezahlung, ne, also, sei es... Ist der Corona-Bonus eigentlich bei dir angekommen? Ja, ich muss fairerweise sagen, ich war jetzt anderthalb Jahre raus, ich war ja in Elternzeit aktuell, bin jetzt wieder stundenweise dabei seit einem halben Jahr, hatte den Corona-Bonus noch bekommen, tatsächlich, ja, den etwas kleineren ganz am Anfang, das war es dann aber auch, ne, also, ich habe ja mit den Kollegen immer guten Kontakt gehabt, auch wo ich jetzt nicht in der Praxis selber war, ja, da ist schon einiger Unmut zugekommen, ne, ich meine, gerade auch mit dem Impfen, ja, es wird halt, ja, wenn ich das so sagen darf, alles extra bezahlt, die, meine Kollegen hatten viel mehr Arbeit gehabt, gerade mit den Impfungen, ne, was das für ein brokatischer Aufwand war, die Kollegen saßen teilweise eine Stunde vor Arbeitsbeginn in der Praxis, haben alles vorbereitet, du musst für jedes einzelne, weil gab es eine einzelne Chargendummer, es gibt andere Ziffern für jedes Alter, für andere Impfungen und, 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 also, da ist so viel Arbeit hinter gewesen, und wo ich meine Kollegen voll und ganz verstehen konnte, dann in den anderthalb Jahren, die dann teilweise auch gesagt haben, wir können nicht mehr, also, es geht nicht mehr, wir können nicht mehr und, äh, da vielleicht auch einfach mal als Chef herzugehen und sagen, hey, hier, habt ihr noch mal, Pst, Cash, irgendwie, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ne, oder einfach mal dieses Abends, danke, ne, das habt ihr super gemacht, also, sowas hält auch viel, viel zusammen, wenn du weißt, du wirst noch geschätzt, deine Arbeit wird geschätzt, Thema Herzschutzung, ne? Ja, ähm, wenn man so auf Augenhöhe mit einem ist, ne, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, äh, die Kollegen oder ich oder wir, MFAs, ähm, wissen, hey, wir werden gebraucht, unser Chef ist dankbar und, ähm, ja, sowas halt, ne? Was macht für dich denn wertschätzende Atmosphäre und gute Praxisatmosphäre aus, also? Also, das A und O ist das Team, äh, wenn das Team nicht stimmt, kannst du schon alles vergessen, also, äh, wir haben zum Glück ein super, super Team, bei uns gibt's hier wenige, also, ich kenne es aus vielen anderen Praxen, die wirklich, das ist leider Gottes, ne, steckst du ein paar Mädels auf einen Haufen, gibt's immer irgendwie Theater, äh, es ist, äh, ja, ja, es ist ja so, ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein super tolles Team, ähm, was sich echt ausgleicht, äh, in verschiedenen Altersgruppen, natürlich, wenn der eine mal schlechte Laune hat, dann sagen wir, hey, es war es heute total scheiße gelaufen, aber wir sprechen drüber und quatschen abends und lachen wieder und, äh, gehen morgens wieder mit einem Grinsen zur Arbeit, also, ich glaub, wenn das nicht stimmt, ja, und dann auch mit den Ärzten, die wir bei uns haben, äh, da herrscht insgesamt ein super tolles Klima, also, äh, ja, ich denke mal noch, wenn der Respekt immer noch voneinander, also, zueinander da ist, aber man sich trotzdem super versteht, ich glaub, das ist so das A und O, was eine Praxis ausmacht, ne, weil man zusammen halt noch viel lachen kann und, ne, und ich kenne andere Praxen, wo es leider nicht so ist, da ist der Chef wirklich Chef, kommt rein, schmeißt die Jacke hin, beschwert sich, warum ist mein Kaffee noch nicht hier und, äh, ja, so war es halt eben, ne, und ich sage immer, auf gut Deutsch, die gehen genauso auf Toilette wie wir oder aufs Klo, ja, äh, er hat studiert, wir nicht, aber trotzdem ergänzen wir uns halt super. Ich versuche ja immer so rauszuhören aus allen Podcast-Gästen, die wir haben, irgendwie was, was ich da rausziehen kann und ich habe mir vorher ja auch Gedanken dazu gemacht, so Thema MFA-Mangel, was stelle ich mir vor und einfach mal so Fragen an dich, also, äh, ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich mich so in die Situation hineinversetze, dass, glaube ich, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, so, ihr Pavlosche Bedürfnispyramide, irgendwie ist ja doch ein Grundbedürfnis des Menschen, also monetär natürlich auch, aber so dieses, ey, ich habe eine Kernkompetenz, wie du schon gesagt hast und darin werde ich halt richtig gut, ich kann zwar alles, aber daran darf ich mich auch verwirklichen in der Praxis und es ist nicht nur irgendwie Angestellte, Dienst nach Vorschrift, sondern du warst wie eine Vera, ich mache die, ich mache die Hausbesuche oder ich mache das ganze IT-mäßige, ich bin Chefin vom Labor, dass man so eigene Kernkompetenzen, ähm, gewinnt, das habe ich, das denke ich, also würde ich gut finden, wenn ich in der Position der MFA wäre, ähm, genauso wie das, was du gesagt hast, monetäre Anreize, ist natürlich die Frage, inwieweit das umsetzbar ist, aber sowas wie zum Beispiel Beteiligung an Egelleistungsvolumen, wir sind halt trotzdem in Wirtschaftsunternehmen und das Ganze als Firma zu sehen und nicht jeder so sein, sein Ding hat. Also ich weiß nicht, würdest du das unterschreiben? Ja, so wie du sagst, ne, also, ähm, ja, es ist ja auch die Sache mit der, es sind ja wenige Sachen, die wir als Praxis oder dann vielmehr der Chef noch bezahlt bekommen, ne, anhand der Ziffern, die wir abrechnen dürfen, es wird ja halt wirklich immer weniger. Es sind natürlich dennoch Sachen, wo wir halt wirklich noch, äh, ja, noch ein bisschen was mit reinholen können, wo wir als MFAs natürlich auch interessiert sind, äh, davon was reinzuholen, weil im Endeffekt hängt davon ja auch unser Job ab. Ähm, natürlich wäre es so ein Anreiz zu sagen, hey, komm, als Checkup zum Beispiel, komm, wenn wir so und so viele Checkups machen, gibt's vielleicht eine kleine Prämie für jeden, ja, äh, als Beispiel, ne, oder Ige-Leistung, ja, genau, ne, Labor, ne, Krankenkasse zahlt nur noch, äh, äh, zwei Werte bei einem Checkup, ja, überhaupt nicht verständlich, äh, aber wir bieten halt eben die Ige-Leistung an fürs Labor, ich glaube, knapp 60 Euro. Empfindest du so diese Weiterbildung, so wie Vera oder andere Weiterbildungsformen, die es gibt, eher als Zusatzbelastung dann in der Praxis oder ist das eine spannende Ergänzung und eine Kompetenzsteigerung für dich? Also ich kann mir jetzt so für mich sprechen, äh, überhaupt nicht als Belastung. Also als mein Chef mich vor vier Jahren gefragt hat, hey, hast du nicht Lust, die Vera zu machen, hab ich erstmal gesagt, okay, was ist das? Ähm, ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, für mich war sofort klar, hey, das willst du machen. Ähm, für mich war das eine super, super, super Erfahrung, ich kann's auch echt nur jedem ans Herz legen. Äh, es wird halt wirklich nochmal so detailliert alles aufgefrischt und die Ausbildung ist ja nochmal ein bisschen her, äh, dass man wirklich nochmal richtig, richtig gut reinkommt, ne, ob es, äh, Technikmanagement ist, Wundmanagement oder Notfallmanagement, äh, man wird in allem nochmal wirklich von Grund auf so geschult und mir hat es so unfassbar Spaß gemacht, äh, dass du danach halt wirklich wieder so dein Grundwissen so aufgefrischt hast, dass du wieder, ähm, ja, also wie gesagt, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich profitiere halt heute noch davon, ne? Prägt dir das in der Praxis dann mehr Entlastung, Sebastian? Ja, also, ich glaube schon, also, die, die Ausbildung, ich meine, klar, die muss auch erst mal finanziert werden, das ist die eine Sache, aber das ist, äh, ich glaube, definitiv, also, ich glaube, du profitierst, ähm, so oder so davon, also, wenn du die, die Vera, oder es gibt ja verschiedene, also, ob das jetzt, äh, die, die Weiterbildung, dann Vera, Eva und so weiter und so fort, äh, ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht weiter erklären, ähm, aber du profitierst so oder so davon, weil einfach, wenn die Mitarbeitende da mehr drauf achten, auf den Patienten, dann fällt häufig schon was auf, ne? Wenn einfach mehr Wissen dahinter steckt und das auch nochmal aufgefrischt ist. Also, ich glaube, für die MFA ist das spannend, weil du darfst, du machst mehr und, also, ich glaube, wenn du die Kompetenzbereiche erweiterst, hast du auch gleichzeitig mehr als Mitarbeiter davon. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Steffi? Ja, total. Also, ich, ähm, es ist halt schön, vorne zu sitzen, ein Patient bestellt dir ein Rezept und du weißt auf einmal, hey, der Blutdrucksenker ist genau dafür und dafür, äh, das Asthmaspray macht das und das, also, es, also, es, also, es, also, es, also, es, also, es, es, zum Beispiel auch noch nicht, ne? Genau, oder dir fallen Sachen auf und du denkst, hey, da muss dir der Doktor vielleicht einmal Rücksprache halten und der sagt, hey, super, hab ich vielleicht im Alltagsstress jetzt übersehen, äh, also, ich fand es, äh, wirklich eine super Erfahrung, hab daraus profitiert, fahr halt regelmäßig jetzt auch Hausbesuche, äh, was ich total liebe, ähm, ja, und du hast halt, du wirst halt auch delegiert, ich kann zum Beispiel auch Impfungen machen durch die Vera, ne, in Altenheim, was du so als MFA nicht darfst, ist schon eine schöne Sache, also, äh, jeder, der darauf Lust hat und echt, äh, kann ich nur empfehlen, doch. Und wird die Zusatzqualifikation dann auch monetär gewertschätzt, womit wir wieder beim ersten Thema wären? Äh, ja, doch, ist es. Und du hast ja eben, du hast ja eben gesagt, ähm, dass im Team auf Augenhöhe agieren wichtig ist, wenn jetzt eine im Kollegium die Zusatzqualifikation hat, die andere, die, ist man da noch auf Augenhöhe oder gibt es da dann verdeckte Hierarchien? Nee, also, ich habe auch erst am Anfang gedacht, okay, wo mein Chef mich, äh, gefragt hat, magst du es machen, war natürlich der Gedanke, okay, nicht, dass dann die andere Kollegin sagt, hey, warum wurde ich nicht gefragt? Ja, hatte ich gedacht, es war aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, bei uns ist, wie gesagt, auch alles super aufgeteilt. Die eine liebt ihr Labor, die andere liebt die Technik, die andere liebt die Anmeldung. Äh, so, und da haben wir, also, es war tatsächlich, ähm, nee, das Einzige, wo ich natürlich gefehlt habe in der Ausbildung selber. Ich hatte halt drei Wochen Schule, äh, wo ich nicht in der Praxis arbeiten konnte und halt 20-stündiges Praktikum woanders. Das war natürlich so in der Winterzeit gerade ein bisschen schwierig, ne, aber, ähm, es gab da nie irgendwie, du hast jetzt das oder ich konnte natürlich auch dazu beitragen, wenn wir dann die Teamsitzung gehabt haben, hey, das hat sich wieder erneuert bei den Impfungen. Äh, oder die Ziffer können wir noch zusätzlich abrechnen, ne? Also, das war jetzt auch nicht, äh, dieses, ich weiß jetzt mehr wie du und, äh, jetzt müsst ihr das aber so machen. Also, wir haben uns da immer alle super, super ergänzt, ne? Also, das war, nee, das hat immer alles gepasst. Es bringt ja auch, äh, gerade Stichwort HZV, ähm, Verträge, ne, das, ähm, die, die, das ist ja, du kriegst ja für jeden Patienten, der als Chroniker, also, es führt jetzt zu weit, aber grundsätzlich kriegst du Fallpauschalen ja auch dann nochmal, wenn du eine VERA hast. Genau. Oder MFAs mit Zusatzqualifikationen, das ist, ich meine, wir machen jetzt kein, kein EBM oder HZV-Beratung, aber einfach das nur mal so als Idee, da steckt ja auch noch mehr dahinter. Es gibt ja, wie gesagt, äh, die VERA, die läuft übers HZV. Ich hab da noch die NEPA drangehangen, weil die halt über die KV abgerechnet wird, sodass wir halt beides haben, ne? Und, äh, ja, also, unterm Strich, wenn du beides hast, finanzierst du dich praktisch fast von alleine, ne? So. Okay. Äh, das nur nebenbei, also, das ist, äh, ja. Und es macht halt noch Spaß, ne? Weißt du, was auch Spaß macht? Unsere Rupi Quick & Nerdy? Ja, du weißt, was auf dich zukommt, so grob? Ja, das waren die ja-nein-Fragen, oder? Ja, also, ich stell dir fünf Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die, äh, Antwortmöglichkeit, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Okay. Bist du bereit? Ja. Lieber am Empfang oder im Labor? Empfang. Vom Patienten MFA oder Arzthelferin genannt werden? Arzthelferin. Vormittags- oder Nachmittags-Sprechstunde? Vormittag. Beim Hausarzt oder Facharzt arbeiten? Hausarzt. Und weil es die letzte Folge ist, äh, Kölsch oder Altbier? Kölsch. Definitiv. Ah, sehr schön. Ich bin ja eher bei Pilz. Ach so, Zwischending. Nix Halbes, nix Ganzes. Ja, wobei, Kölsch ist so süffig, finde ich. Kölsch kannst du einfach wegtrinken. Genau. So einen schönen Kranz, wo wir schon im Rheinland sind. Du hast gesagt, Hausarzt. Warum Hausarzt, warum nicht Facharzt? Hausarzt beinhaltet halt alles. Naja, du hast von allem ein bisschen was dabei. So, äh, das finde ich halt eben das Schöne. Und du betreust halt auch Patienten langwierig. Ne, ein Chirurg hat schon mal eine offene Wunde, siehst du einmal, siehst du nie wieder. Äh, und bei dem Hausarzt hast du wirklich junge Patienten, die ich jetzt sehe, die auf einmal zehn Jahre älter sind, ne, oder Frau Schmidt mit 80, ja, die ihr Mann dann verloren hat, die kannst du betreuen. Oder, äh, ja, du hast sie halt wirklich, äh. Frau Schmidt ist hier während des Arzt gewachsen, glaube ich. Ja, Frau Schmidt. Ich kann sie auch jetzt Frau Müller nennen. Nein, alles gut, alles gut. Ja, das ist halt, äh, ja, wir betreuen, ich glaube, wir sind tatsächlich bei zweieinhalb tausend Patienten im Quartal und du kennst halt eigentlich fast alle, ne, du kannst, bei uns herrscht auch so ein schönes Klima eigentlich auch mit den Patienten, äh, wir sind ganz viel per du, du kennst die halt alle, äh, du kennst den Mann, du kennst die Frau, ja, das, das macht so das Hausarzt, äh, den Hausarzt für mich aus, ne, dieses familiäre halt eben, ne. Ist das auch das, was du sagst, ähm, was das Tolle an dem Beruf ist oder warum? Du hast ja eben gesagt, man muss den Beruf lieben und da ist ja auch viele negative Entwicklungen der letzten Jahre irgendwie aufgezeigt, aber, ja, ist es genau das, was dir Spaß macht, warum du es machst? Ja, definitiv, ja. Also erstmal das Medizinische an sich, äh, ich sag heute immer, hätte ich früher besser in der Schule aufgepasst, hätte ich Medizin studiert, jetzt bin ich zu alt, jetzt mache ich das nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, das auch, das sind auch alle anderen meiner Kollegen, ne. Aber es gibt auch Ärztemangel, ne, also du kannst auch immer noch mit dem Schultern. Ja, nee, der Zug ist abgefahren, äh, ne. Also wir sind da halt auch, ich würde sagen, alle Kollegen auch sehr wissbegierig, ne. Wir setzen uns nach der Sprechstunde hin und dann sagen wir nochmal, hör mal, kannst du uns das EKG nochmal erklären und, äh, ja, die machen das halt auch und, äh, es ist schon, äh, was Schönes zu verstehen oder wenn du auch in der Familie welche hast, ne. Klar, so öfter mal Anrufe, hör mal Steffi, ich hab Bauchschmerzen, unten, rechts, was könnte das sein und du weißt, hey, ne, könnte vielleicht der Blinddarm sein. Also so dieses, doch, das ist, äh, ich, ja, wie gesagt, ich find's mega interessant, ähm, und deswegen bin ich auch gerne MFA. Wow, das könnte so ein, so ein, so eine Werbe-Annonce gewesen sein. Herrlich, ne, herrlich. Können wir, können wir vermarkten im Nachhinein. Herrlich. Ich hab noch eine Frage, die mir gerade so spontan auch, äh, eingefallen ist bei dem, was du erzählt hast. Wir Ärzte sind ja auch häufig sehr betriebsblind und du siehst das ja aus, aus, quasi von der anderen Seite. Hast du so Ideen, wo du sagst, boah, das könnten wir Ärztinnen und Ärzte vielleicht besser umsetzen im Praxisalltag? Boah, schwierig zu sagen. Echt schwierig. Äh, ja, ja. Also was, was ja zum Beispiel immer kritisiert wird, ich weiß nicht, Frau Müller, vorne muss, wird gesagt, Frau Müller, Sie kriegen das Rezept für, als Beispiel Pantozol 40, kriegen Sie nicht mehr. Dann geht der Patient, die Patientin geht zum, kommt dann zu mir in die Sprechstunde. Also ich hab dann doch nochmal ein weiches Herz, was totaler Schwachsinn dann letztendlich ist und dann gibt's vorne Diskussionen. Also sowas zum Beispiel, klare Linie oder so. Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist ja dann wirklich so, wenn die bei uns nicht weiterkommen und dann kläre ich das halt mit dem Chef. So, dann setzen sie sich ins Wartezimmer, dann gehen sie rein. Natürlich, in den meisten Fällen sagen dann auch die Ärzte, ja, wir machen es. Kommen dann nach vorne und sagen, sehen sie, hab ich ihnen doch gesagt. Und du weißt ganz genau, hey, das geht nicht. Es sind die Leitlinien jetzt, so gut wie der Arzt jetzt auch sein will zu ihnen. Wir können es nicht machen. Wir haben dann natürlich vorne riesige Diskussionen. Auch mit Patienten gerne, die Medikamente einfach nach zwei Wochen nochmal bestellen, weil sie in Urlaub fahren. Das ist nett gemeint. Und die anderen Familienmitglieder noch zu versorgen und alles hat auch immer geklappt. Aber wir dürfen es halt einfach nicht mehr. Ja gut, und der Arzt sagt dann in dem Moment, natürlich, er hat Stress. Der nächste Patient wartet, kann ich ja auch irgendwo verstehen. Ja, ja, gehen sie nach vorne, die machen das schon. So dieses nicht alles auf uns abwälzen. Das wäre natürlich im Praxisalltag schon echt Gold wert, dass man da wirklich eine klare Linie fährt und da auch wirklich zusammenhält. Und nicht vorne sitzt und sagt, okay, ja, dann, wenn der Chef das gesagt hat, müssen wir es dann wohl machen. Hast du eigentlich mal so eine Patient-Story, die du so erlebst, was die Ärztinnen und Ärzte nicht mitbekommen, weil die gerade in ihrem Sprechzimmer sind? So was Verrücktes, was dir mal passiert ist. Ich weiß es gar nicht. Es gibt so viele, so viele Sachen, lustige Sachen auch. Ja, wir hatten, eine fällt mir jetzt nur spontan ein. Ich glaube, der Herr war 86, sollte ein EKG bekommen. Und ich habe gesagt, gehen Sie schon mal in die EKG-Kabine, ziehen Sie sich schon mal aus. Er kennt das immer eigentlich, wo man sich auszieht. Und du kommst rein und er liegt mit seinen 86 Jahren splitterfasernackt auf dieser Liege und sagt, hallo. Und ich stehe und denke, ach du Gott. Aber du hast gesagt, ziehen Sie sich aus. Dann hast du gesagt, du stehst oder er steht. Nee, da konnte nichts mehr stehen. Nein, er war 86. Er hat nur deine Anweisungen befolgt. Ja, genau. Er hatte sich halt nackig gemacht. Ja, das sind so oft so Kleinigkeiten, die einen echt zum Lachen bringen. Es ist, ja, also wie gesagt, da gibt es echt viele Atem- oder Atemschutzmaske, sage ich jetzt schon am Anfang, wo es anfing mit den Masken tragen. Er hat natürlich ein paar dabei, die sich da strikt gegen gewehrt haben. Ja, dann haben wir gesagt, ohne Maske dürfen Sie hier nicht rein. Ja, dann sagt er, wenn Sie wollen und ist dann rausgegangen und kam durch diesen Flur wie Darth Vader's und wir haben gedacht, was ist das? Der hatte wirklich eine Atemschutzmaske von der Feuerwehr an, so ein Teil, und stellte sich an die Anmeldung. Und ich sagte, soll ich Ihnen eine Maske von uns geben? Ich konnte überhaupt nicht sprechen. Ich habe gedacht, okay, nein, wenn wir es so wollen, dann setzt er sich so und so ist er auch ins Wartezimmer gegangen und zum Chef rein oder zu dem Arzt. Also es sind so, manche Sachen, ja, doch, die halten uns schon bei Laune. Der Patient hat sicherlich sich kein Corona in der Praxis geholt, oder? Nein, ich denke auch nicht. Der war safe. Nein, der war safe. Wie siehst du das eigentlich mit Homeoffice? Also wäre das für MFA auch möglich? Es gibt ja durchaus Ärzte und Ärzte, die sagen, ja, kann man machen und auch MFAs, die es machen. Aber ich glaube, da gehen die Meinungen weit auseinander. Tatsächlich lässt sich das auf jeden Fall vereinbaren. Ich persönlich bin jetzt wahrscheinlich auch eine von denen, die bald Homeoffice machen wird, damit ich das mit der Familie so ein bisschen besser planen kann, weil man halt Schichtarbeiter ist, damit ich es wirklich dann, ja, es geht ganz einzeln, ja, nein, um die Abrechnung. Ziffern, wenn ich die Hausbesuche fahre, bin ich danach locker eine Stunde in der Praxis, um alles einzugeben, die Ziffern einzugeben, die Dokumentation einzugeben. Und jetzt habe ich mit unserer Ärztin gesprochen und sie hat gesagt, hey, das ist eine gute Idee. Dann fahre ich nach den Hausbesuchen nach Hause. Wenn die Kinder abends ins Bett gehen, kann ich mich in Ruhe hinsetzen und die ganze Dokumentation pflegen und halt eben auch die Statistiken. Wir haben jetzt Abrechnungen und ja, es ist wieder wie alle drei Monate eine echte Herausforderung. Weil man es im normalen Praxisalltag tatsächlich gar nicht hinbekommt, alles zu prüfen. Und da wir eine so große Praxis sind, haben wir auch halt echt viel zu kontrollieren. Und sowas kannst du halt auch echt super im Homeoffice machen, die ganze Statistik pflegen und, 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 weil das sonst echt gar nicht machbar ist. Also das geht Homeoffice. Alles andere macht für mich wenig Sinn. Genau, geht halt nur um die Bürokratie, die man dann zu Hause machen kann. Die Abrechnungstechnischen Sachen, das finde ich ist auch nochmal ein spannendes Thema. Würdest du sagen, auf jeden Fall MFA, also ich meine in eurer Praxis, hast du ja gesagt, wird das so gemacht, Abrechnung, Statistik oder sollte der, zumindest der Praxinhaber, aber auch vielleicht alle anderen Ärztinnen und Ärzte direkt mitmachen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, in eurer Praxis ist es ja so, dass die Ärztinnen und Ärzte die Ziffern nicht selber eingeben, es gibt ganz viele andere Praxen, die das nicht so handhaben. Genau. Wie siehst du das? Also ich finde da tatsächlich eine Mischung aus beidem ganz cool. Es gibt halt gewisse Ziffern, die können wir vorne als MFA nicht nachvollziehen. Wenn der Patient lange drin war und wir können ein langes Gespräch abrechnen, der ist aber nach dem Gespräch weg, dann steht der Nächste schon wieder da. Wir können das gar nicht mehr nachvollziehen. Das wäre natürlich cool, wenn es so eine Mischung, wir kontrollieren ja eh nochmal alles, aber wenn der behandelnde Arzt halt eben wirklich diese Hauptziffern eingibt, erspart er uns jede Menge Arbeit und die Ziffern gehen halt auch nicht flöten. Das muss man halt auch einfach mal wirklich so sagen. Das wäre schon cool, wenn die Ärzte da tatsächlich ein bisschen mitwirken würden. Wir sorgen dafür, dass das keiner der Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis hört, diesen Podcast. Du kannst hier ganz frei sprechen. Ach, frei. Oder wir sorgen dafür, dass sie es umsetzen. Oder so. Oder so, genau. Eigentlich dachten wir so als letzte Frage nochmal so eine Message an alle Zuhörenden Ärztinnen und Ärzte, aber das hast du ja währenddessen schon. Seh dir dir jetzt beschrieben, was du dir wünschst und wie es laufen sollte. Von daher, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, vielen Dank euch. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder sehr viel mitgenommen. Danke, danke. Ja, cool. Sehr schön. Ja, krass Sebastian, dass die Staffel schon vorbei ist. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Fünf echt tolle Folgen. Ich habe viel mitgenommen. Ja, also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir und mit unseren Gästen. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder, oder? Ja, an dieser Stelle auch nochmal von mir ein ganz kurzes Dankeschön an alle Gäste, an dich, Sascha, auch wirklich toll und auch ans ganze Team. Vielen, vielen Dank nochmal. Ihr wart super. Bis dann. Ciao. Du willst auch das letzte Wort haben, ne? Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Doctales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.